Seit dem Sündenfall ist Gott für uns Menschen unsichtbar, aber ausgewählten Menschen offenbart er sich durch Träume und Visionen. Diesen Propheten gab er Botschaften. Manche Nachrichten wurden aufgeschrieben. In der Bibel können wir sie lesen. Hätte Gott sie nicht offenbart, dann hätten wir keine Möglichkeit zu erfahren, wie Gott wirklich ist. Weil Jesus noch mehr zu sagen hat, kündigt er für die letzten Tage an, dass Söhne und Töchter weissagen werden. Joel 3 Vers 1 Im Dezember 1844 hatte Ellen White ihre erste Vision. Sie war gerade 17 geworden. Sie sah plötzlich etwas, was die anderen nicht wahrnehmen konnten, wie einen Traum, den man mit offenen Augen träumt. Dabei atmete sie nicht. war aber nicht bewusstlos, obwohl sie von dem, was um sie herum geschah, nichts mitbekam, als wäre sie in eine andere Welt gebeamt worden. In den folgenden Jahren hatte sie viele solcher Wachträume, in denen Gott ihr wichtige Informationen gab. Dabei hat sie sich das Ganze nicht etwa eingebildet, wie manche Kritiker meinten. Während einer Vision am Sonntag, den 21. Juni 1857, konnte sich Daniel Bordeaux persönlich davon überzeugen, dass Gott hier am Werk war. Er berichtet, ich glaubte nicht an die Vision. Aber, um meinen Verstand zu befrieden, ob sie nun atmete oder nicht, legte ich meine Hand auf ihren Oberkörper und zwar lang genug, um zu wissen, dass die Lungen sich nicht bewegten. Dann nahm ich meine Hand und legte sie über ihren Mund, indem ich ihre Nasenlöcher zwischen meinen Daumen und ihre Zeigefinger zudrückte, sodass sie unmöglich Luft aus- oder einatmen konnte, selbst wenn sie es gewollt hätte. So hielt ich meine Hand ungefähr zehn Minuten lang, lang genug für sie, um unter normalen Umständen zu ersticken. Seit ich Zeuge dieses wunderbaren Phänomens war, hatte ich nie mehr die Neigung dazu, den göttlichen Ursprung ihrer Vision zu bezweifeln. Alan White Biographie 1, Seite 358 Gott hatte Alan White während dieser Vision direkt mit allen versorgt, was sie zum Leben brauchte. So hat er damals auch Mose am Leben erhalten, als er 40 Tage lang auf dem Berg Sinai blieb und weder aß noch trank. Für unseren Schöpfer ist es eine leichte Übung, uns alles zu geben, was wir nötig haben. Wir müssen ihn nur darum bitten. Gott spricht, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich will in einem Traum zu ihm reden. 4. Mose 12, Vers 6 2. Mose 12, Vers 6